Tatort im Krimi-Check Welche Grenzen können V-Leute ungestraft überschreiten? Mit dieser brisanten Frage tut sich der RAF-Tatort die rote Schatten sichtlich schwer. Eine Leiche im Kofferraum, ein prügelnder Gigolo, eine barbusige Staatsanwältin und staatliche Behörden, die sich gegenseitig Knöppel zwischen die Beine werfen. Aber was hat das alles mit der Todesnacht von Stammheim zu tun? Durch einen Verkehrsunfall, bei dem eine Leiche im Kofferraum eines Autos entdeckt wird, stolpern die Kommissare Lannert, Riche Müller und Boots, Felix Klare, über den früheren RAF-Sympathisanten Wilhelm Jortan, Hannes Jennecke. Jortan hat vor vier Jahrzehnten als V-Mann für den Verfassungsschutz gearbeitet und soll angeblich die Waffen, mit denen sich die RAF-Terroristen Andreas Bader und Jen Karl Respe selbst töteten, nach Stammheim geschmuggelt haben. Trotz diverser Verbrechen, inklusive Mord, scheinen die deutschen Staatsorgane immer noch ihre schützende Hand über Jortan zu halten. Die klinische Autopsie ist die letzte und wichtigste ärztliche Handlung, um die Todesursache festzustellen. Doch können Staatsdiener in unserem Land wirklich die Ergebnisse dieser Untersuchung verschleiern? Sollte ein Rechtsmediziner ein eindeutiges Tötungsdelikt erkennen, kann er dann von den Behörden Mundtut gemacht werden? Wie viele Morde in unserer Gesellschaft bleiben dann ungesühnt, nur weil es der herrschenden Klasse so besser in den Kram passt? Tausende von Morden schlüpfen eh schon durch System, weil der Bedarf einer Obduktion schon im Ansatz nicht existiert. Wenn der Regierungsapparat aber obendrein auch noch das Keine Richter, dann auch kein Täterspielchen nach Gutdünken praktiziert, wem kann man dann eigentlich noch glauben? Darüber kann man im Grunde nur theoretisch philosophieren. Staatsanwältin Alfaitz, Karolina Fra, will von Oberstaatsanwalt Lutz, Friedrich Mücke, mehr über die Machenschaften des Verfassungsschützes erfahren. Quelle, Bild, SWR-Sabine Hakenberg Was geschah wirklich in der Todesnacht von Stammheim im Oktober 1977? Stimmen die offiziellen Angaben? Haben Bader, Ensslin und Respa unter polizeilicher Aufsicht Suizid begangen oder wurden die Köpfe der Roten Armee-Fraktion vorsätzlich vom Staat liquidiert? Vielmehr noch, lassen unsere Behörden wirklich V-Männer weiter agieren, auch wenn diese sich eines Mordes schuldig gemacht haben? RAF, nzu, wann sagt man uns die ganze Wahrheit? Der rote Schatten stellt viele Fragen, gibt aber kaum plausible Antworten. Kommissar Lannert sinniert über seine Sturm- und Drangzeit, damals Anfang der 70er Jahre, wo alles möglich schien, wo Revolution in der Luft lag, Anarchie, Aufbruch. Der alte Mief der Nachkriegszeit wurde ausgelüftet. Die Jugend schuf sich ein neues Bewusstsein. Die RAF wirkte wie ein großer Befreiungsschlag. Aber dann kam der Terror auf die Straßen und die Bomben in die Kaufhäuser. Und mit den Morden starben nicht nur die Menschen, sondern auch träumen nach einer neuen, besseren Zeit. Lannert bringt es auf den Punkt und nennt es, die weggebummte Sehnsucht. Staatsanwältin Emilia Alfauts, Carolina Frey, zeigt ihre blanken Brüste. Hübsch anzusehen, aber völlig deplatziert. Wer ist der Initiator solcher Einschübe? Frei nach Schriftsteller Stefan Hirn könnte es heißen, immer machen sich die Weiber nackig. Wann wird endlich Riche Müller im zu engen Badeschlüppi aus dem Nikar steigen? Oktober 1977, Estrid Frühwein, Emma Jane, und Wilhelm Jortan, Elias Popp, tauern um die Stammheimtoten, Quelle, Bild, SWR-Sabine Hakenberg. Der rote Schatten will zu viel auf einmal. Die gewählten filmischen Stilmittel, aneinander gestopselte Schnittfolgen durch mehrere Zeitebenen, Szenen überlagernde Dialoge und nicht enden wollendes echtes Filmmaterial, sind zu flächig eingesetzt und dienen mehr dem Selbstzweck als dem Strang der eigentlichen Handlung. Klar zu erkennen. Die Charaktere wirken authentisch. Die Kommissare agieren hilflos gegenüber einem unaufrichtigen Staat, der getragen durch seine unzähligen namenlosen Handlanger der Meinung ist, alles tun zu dürfen. Der Rechtsstaat existiert nur auf dem Papier und für den Autonormalverbraucher. Thema, 10 von 10 Punkten. Inszenierung, 6 von 10 Punkten. Die Macher haben zu wenig auf ihre Schauspieler vertraut. Handlung und Akteure werden von zu vielen filmischen Stilmitteln erschlagen. Fragen über Fragen werden aufgeworfen, deren Antworten alles und nichts beinhalten. Wer mit einem Fragezeichen eingeschaltet hat, wird mit 2 in Entlassen.